Welcher Schlepper erwartet uns auf Platz 7? Es ist der KCH Quattrack 600. Dieser Knicklenker mit Raupenlaufwerken stammt noch aus der Bauserie von 2010 bis 2013. Der Fiat Powertrain Technologies Cursor 13 mit 12,9 Litern Hubraum bringt maximal 670 PS. Mit 24.405 Kilogramm bringt der Quattrack 600 noch knapp 200 Kilogramm mehr auf die Waage als die Nachfolge.